Jawoll, ich sehe schon, es geht hier mit unseren Ketten richtig los. Und mein Trainingskumpel Edmund, der hat die so schön aufgelegt hier für mich. Und wir möchten natürlich unseren Rücken trainieren. Und ich zeige euch jetzt eine kleine Kombination aus zwei Übungen, die einen sehr großen Teil der großen Rückenmuskulatur, da sind ja viele kleine Muskeln, die da sind, viele große Muskeln, abdeckt. Und ich stelle mich schön breitbeinig hin, damit ich auch stabil bin. Packe, auch sehr breit, mache den Oberkörper hin, also lasse den Oberkörper hin hervorbeuge. Und jetzt sage ich gleich nichts mehr, jetzt bewege ich mich einfach nur. Und dann seht ihr, was ich dann danach mache. Und so, Konzentration, hoch. Wow, Konzentration. Ja, ich liebe die Ketten. Ja, ja. Oh ja. Ja, und nochmal. Und nochmal anspannen. Ja. 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 So, kurz ablegen. Jetzt greife ich um meinen engen Griff und ziehe auf ganz nach unten, und den unteren Rückenbereich zu trainieren. Ja. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Wow. Wenn man nicht mehr kann, kurz atmen. Und eins. Zwei. Zwei. Jawohl. Danke, 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 danke. 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 Danke.